Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 36.700 US-Dollar und was für eine wilde Fahrt gestern. In der Spitze sind wir auf knapp 38.000 US-Dollar auf manchen Börsen gestiegen und genauso schnell ging es dann innerhalb von Minuten teilweise wieder hier unten auf Richtung 35.600 US-Dollar. 35.600 US-Dollar, da war doch was. Ja, genau da haben wir gestern Morgen drüber gesprochen, dass genau hier nochmal eine kleine Long-Möglichkeit wäre. Da bin ich dann auch eingestiegen, habe ich dann auch gestern nochmal in der Telegram-Gruppe mit reingeschrieben, dass genau das der Plan ist. Zwar sind wir zuvor noch extrem hoch gestiegen, aber im Endeffekt wurde dann doch die Position abgeholt. Hat nur ein bisschen gedauert. So, auf jeden Fall, wie geht es jetzt weiter? Kriegen wir möglicherweise noch die 40.000 US-Dollar? War das Ganze jetzt nur ein kleiner Fake-Move und es geht nochmal deutlich tiefer? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, Like da lassen, Abo da lassen und wie immer gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Und gestern gab es ein kleines Update zu New Eternal Live. Blockchain ist jetzt mittlerweile live, also das Projekt geht voran. Schaut euch das Video gerne an und auf jeden Fall natürlich auch das ganze Projekt anschauen. So, dann aber gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin Moment haben bei 36.650 US-Dollar. Und wenn wir uns mal die Kerzen hier, wir gehen mal in den 1-Stunden-Timeframe angucken, sieht das Ganze schon wieder so richtig pump-and-dump-mäßig aus. Und wir hätten sogar hier so ein kleines Diamond-Chart-Pattern, was ich jetzt aber nicht einzeichnen werde. Auf jeden Fall ging es da gestern hier phänomenal nach oben. Es gab wieder so ein bisschen, ja, Bitcoin-ETF-Gerüchte und sowas. Es soll ein Ethereum-ETF geben von BlackRock etc. Ihr kennt die ganzen Geschichten hier. Das dann wiederum für einen Ausbruch geführt hat. Und gestern früh haben wir nochmal darüber gesprochen, hier die Marke von 35.780 US-Dollar wäre genau das, was ich gerne haben möchte. Dort war gestern das Daily Open. Dort war auch gestern dann nach diesem Pump hier, nach diesem impulsiven Pump, das Golden Pocket gelegen. Und hier, und wenn wir jetzt mal hier die Vektor-Candles ganz kurz anmachen, war auch noch ein Vektor abzufischen. Das Ganze habe ich dann gestern in der Telegram-Talk- und News-Gruppe nochmal gepostet. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Hier, das war dann gestern früh, ich glaube so um halb zwölf. Das wäre der Fahrplan gewesen. Und genauso ist es dann im Endeffekt auch gekommen. Stop-Loss war unter dem Daily Open. Und das hat er dann im Endeffekt auch nicht abgeholt. Also Position derzeit im Plus. Zwei Take-Profits auf jeden Fall schon mal genommen. Einfach mal zur Sicherheit, weil ich traue dieser ganzen Bewegung immer noch nicht so ganz. Nächstes Ziel wäre jetzt erst einmal hier oben die Marke von 37.070. Das ist das kleine Golden Pocket von dieser gesamten Abwärtsbewegung. Also hier wird sich dann meiner Meinung nach zusätzlich nochmal entscheiden. Wenn hier ein bisschen Widerstand reinkommt, haben wir noch einmal die Möglichkeit, vielleicht hier unten die 35.5 nochmal zu testen. Wäre aber nicht so gut. Wir haben zwar hier einen sehr, sehr langen Docht gebildet. Auch auf 1-Stunden-Sicht, auf 4-Stunden-Sicht noch ein bisschen höher. Aber sollten wir jetzt nochmal in diese Zone kommen, die demand wird nicht nochmal halten. Wir haben hier diesen ehemaligen Widerstand schon als Support getestet. Nochmal hier runter ist die Chance sehr, sehr groß, dass wir dann im Endeffekt hier wirklich drunter fallen. Die Bewegung sollte sich jetzt weiterhin entweder komplett fortsetzen oder sie bricht in sich zusammen. Interessanter Fakt bei Rande oder am Rande. Ihr seht hier diese gelbe Linie. Das ist unser Rising Wedge Chart Pattern. Auch hier impulsives Breakout nach oben hin. Plus Retest gestern, den wir hier auch nochmal perfekt hatten. Wir schauen uns das Ganze mal auf Daily Sicht nochmal an. Wie sieht es dort aus? Daily Close über dem Rising Wedge. Man muss hier, und das habe ich gestern schon im Video dazu gesagt, trotzdem vorsichtig sein. Ich würde ein Weeki Close deutlich, deutlich höher gewichten als so einen kleinen Daily Close. Also hier ein bisschen vorsichtig sein mit Yeah, wir sind aus dem Rising Wedge ausgebrochen, es geht jetzt to the moon und sowas. Vorsichtig bleiben, Leute. Es kann sein, dass möglicherweise noch ein ETF kommt. Alles schön und gut. Aber so eine ugly Kerze, die wir jetzt derzeit haben, schon auf Daily. Wenn die auf dem Weekly auch noch hier drunter schließt, dann sieht das Ganze nach einem Fakeout aus. Und dann können wir uns über einen Turnaround in Richtung 30.000 US-Dollar Erstemann unterhalten. Aber derzeit, wie gesagt, sieht das Ganze nicht so schlecht aus als auf Daily Sicht. Wir haben einen Breakout gesehen. Daily schön. Davor die Breakouts waren nicht so impulsiv. Volumen, ja, Volumen könnte meiner Meinung nach ein bisschen höher sein. Vor allem generell in dieser gesamten Abwärtsbewegung geht das Volumen immer weiter zurück. Viele, viele Short-Positionen, die natürlich da rausgehebelt werden, weil immer wieder versucht, auf Biegen und Brechen zu Shorten. Man sieht es an den Funding Fees auf vielen Börsen. Teilweise waren die absolut normales Niveau. Und trotzdem ist der Kurs extrem gestiegen. Das heißt, sehr, sehr viele Shorts wurden liquidiert. Und das haben wir gestern eben dann auch hier innerhalb von ein paar Stunden gesehen. Das ist hier dann rasend nach unten hingegangen. Wir haben keine oder kaum richtige Liquidität im Markt. Das heißt, man kann die Kurse auch deutlich schneller liquidieren. Und das Krasse war, und da kommen wir jetzt rüber, mal ganz kurz zu einem Altcoin wie Chainlink. Chainlink und so andere Altcoins hat es innerhalb von Minuten. Perfekte Spot-Order ist eigentlich hier nochmal um 15 bis 25 Prozent zerlegt. Und das war gestern krass. Auch da konnte man gestern nochmal möglicherweise gut einsteigen. Vor allem, ihr kennt doch KAS. KAS habe ich schon sehr, sehr oft auf diesem Kanal vorgestellt. Und KAS mit einem neuen All-Time-High-Side-Entry müssten wir hier locker 25 bis 30x gemacht haben. Also Glückwunsch an alle. Trotzdem nehmt auch mal Profite. Wir sind auch hier jetzt am massiven Widerstand angekommen. Nur mal so. Aber auch hier ging es gestern innerhalb Minuten. Wir haben das Top gebildet. Dann kam der Abverkauf. Und es ging in der Spitze bis auf 23 Prozent nach unten. Und das innerhalb von Minuten und sowas. Absolut normal für einen Bullrun, dass immer mal wieder sehr, sehr viel liquidiert wird. Und das innerhalb Minuten und wir den Trend fortsetzen. Aber wir müssen jetzt hier über die Marke von 37.150 kommen. Schaffen wir das. Dann ist auf jeden Fall hier das Ziel von 38k wieder drin. Und wir können möglicherweise unsere Reise nach oben hin fortsetzen. Sollten wir das jetzt nicht mal mehr schaffen, weil wir hier schon ein bisschen am 0,5er strugglen sind. Dann, wie gesagt, letzte Chance 35, 35, 36. Aber dann dürfen wir nicht da drunter schließen. Ansonsten ist das Ding für mich erstmal gegessen. Und wir können uns hier nach unten orientieren Richtung 34 bis ca. 33.000 US-Dollar. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum komplett am radieren. Gestern hier ein bisschen Struggle gab bei den 1.940 waren wir hier zwischenzeitlich mal. Und dann aber innerhalb von Sekunden. Und das hat hier mit dieser Ineffizienz zu tun. Die hat er sich geholt. Innerhalb von Sekunden ging der Pump los. Und dann auch die nächste Ineffizienz. Also Ethereum perfekt am Pumpen. Hat jede Ineffizienz hier jetzt erstmal rausgenommen. Hat sogar unser Top hier bei knapp 2.137 auch nochmal erreicht. Aber noch nicht ganz überschritten. Also auch hier Ethereum komplett jetzt nach Fahrplan jetzt erstmal komplett am radieren oder rasieren. Wie man so schön auf gut Deutsch hier sagt. Ja, ansonsten hier würde ich aber auch ganz ehrlich, ich würde weder in Short noch in Longs hier irgendwie mehr reingehen. Denn das Risiko ist einfach viel, viel zu hoch, dass ihr hier komplett liquidiert werdet. Wir sind jetzt hier natürlich am massiven Widerstand. Wenn wir uns mal dieses Hoch hier einzeichnen. Auch so ein bisschen vergangenheitstechnisch hier angucken. Da ist nicht mehr viel Widerstand. Also im Endeffekt riesige Range hier. Die letzten Monate gebildet zwischen 1.5 und 2.130. Wenn wir mal die Tops hier vergleichen. Sollten wir jetzt hier wirklich noch einen Breakout schaffen. Sind die nächsten Ziele bei 2.4 bis 2.7. Das glaube ich derzeit noch nicht. Die 2.400 US-Solli sehe ich nur, wenn Bitcoin Richtung 40, 42k geht oder sogar noch höher. Momentan, wie jetzt der Stand ist. Je nachdem, wie der heutige Tag verläuft und ob wir es über das Golden Pocket bei Bitcoin schaffen. Könnte die ganze Sache jetzt erstmal ein bisschen wieder runter reguliert werden. Und ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Also jetzt nicht mehr so viel Euphorie. Schauen wir mal, was kommt. Aber ich würde euch nicht mehr raten, jetzt hier irgendwie in Long-Position oder in Short-Position einzusteigen. Das Risiko ist einfach viel, viel zu hoch. Wir müssten jetzt hier natürlich auch zwei Vector-Candles haben. Wenn wir uns mal einen 4-Stunden-Chall angucken, genau so ist es. Einer impulsiv, der sogar gar nicht mehr so. Also das heißt, wir kommen hier langsam in wieder kritisches Territoritum. Blaue Vector-Candle, also Stopping-Volume haben wir noch gar keine. Aber hier unten diesen Vector wäre eine Möglichkeit 1921, dass wir diesen Bereich bei einem Dump nochmal sehen und dann nochmal hier einen schönen Long-Entry reinkriegen. Ansonsten war es das erstmal zur heutigen Analyse. Ein bisschen länger geworden als gedacht. Gold habe ich gestern durch diesen ganzen Bitcoin, Ethereum, Krypto-Hype erstmal ein bisschen verloren. Neuer Long-Einstieg ist hier unten bei 1950 US-Dollar erstmal geplant. Wir ziehen hier mal ganz kurz das FIP-Level, um das zu überprüfen. Dann seht ihr auch, okay, Golden Pocket würde hier passen. Höheres Tiefbilden und dann Abfahrt nach oben. Ansonsten gibt es wenig momentan zu erzählen. Später kommt noch ein kleines XRP-Update-Video. Ihr kennt es ja, Freitag. Und ansonsten war es das auf jeden Fall von meiner Seite heute. Wir hören uns dann auf jeden Fall später wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Freitag, einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und ja, wie gesagt, checkt das Video über New Eternal Live gerne, gerne ab. Ansonsten, schönen Tag, bis später. Wir hören uns. Ciao, ciao. Und wie immer. Ciao.